Im April 2015 bin ich zusammen mit meinem Mann von den Niederländern nach Bodestorf am Ossiachersee umgezogen. Alles war neu, neues Land, neue Sprache, alles. Im Juli 2015 haben wir die Türe von unserem Gasthof Pension Hort eröffnet. In diesem kurzen Zeitraum von fast zwei Monaten haben wir mit guter Zusammenarbeit, Verständnis und Unterstützung von BKO alle Genehmigungen ohne Probleme bekommen. Wir sind sehr stolz, dass wir das zusammen geschafft haben.